Saskia habe ich für ein Einzelgespräch ausgewählt, weil ich ihre Ausstrahlung total mag. Es hat so was Warmes, aber wir bisher noch gar keine Gelegenheit hatten, mal alleine zu sprechen. Was machst du, wenn dir eine Frau gefällt, dann wie zeigst du ihr, dass du sie gut findest? Ja, im Normalfall läuft das immer über Social Media. Achso, ja, okay. Und du? Bist du schüchtern oder bist du total? Ja manchmal auch schon, ja. Ja? Ja doch, echt. Aber es ist immer so phasenweise, wenn ich dann merke, dass die, dass die Frau ein bisschen schüchtern ist als ich, das lockt mich dann so ein bisschen aus der Reserve und dann werde ich eher ein bisschen offensiver. Und wenn das genau andersrum ist, ich merke so, obwohl die Frau so voll selbstbewusst und voll taff und geht irgendwie auf mich zu, dann bin ich auf einmal mega schüchtern. Ja, ich verstehe. Ich kann es mir gut vorstellen. Was ist dir bei einer Frau wichtig? Tatsächlich achte ich gar nicht mal so explizit aufs Aussehen. Aufstrahlung ist mir total wichtig, also jemand muss reinkommen und das muss alles strahlen. Und wie ist es, wenn du reinkommst? Also wirklich, du hast ein wunderschönes Lächeln, das ist wirklich krass. Ich habe gar nicht so irgendetwas verliegen. Entschuldigung. Ja. Das ist ein schönes Kompliment, denke ich schön. Gerne. Der schönste Moment war, als wir da saßen, die einen Ausblick hatten und ich ihr ein Kompliment gemacht habe und sie sich darüber gefreut hat. Also, ich mache den Ausblick aufs